hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen video ja ich bin gerade am exp ding fahren und nebenbei am viel quatschen mit kellogg's und gento fluid und so und sie sind schon rechte fahren sie waren in ignis und in ignis ist es scheinbar viel schlimmer als in als es einfach mehr leute und sie haben gesagt dass in syrtis eigentlich mehr los ist also auch noch mehr leute aber eigentlich nicht so viel los ist weil ich habe einfach mal nachgefragt ja lohnt sich noch alles zu nehmen haben sie gesagt völlig also es lohnt sich schon sehr in alles weiter zu machen auch wenn wir unterlegen sind das ist immer so das ist balancing das ist eben kein balancing aber das ist einfach so dass ein reich oder zwei reiche halt immer stärker sind das ist einfach so also in syrtis hätte ich wahrscheinlich keine chance in königreichspunkte oder dann war es ja dinge die anderen punkte zu holen weil ich da einfach keine keys bekommen weil die anderen natürlich dann alles weg gehen und so weiter und ja ich werde jetzt bald dann viel geld in der regnum ausgeben können die das für ihren nicht job benutzen die von der ngd dass sie nichts balancen und so sachen aber hauptsache ich kann euch content zeigen und fühle mich dadurch auch nicht so unterlegen bei mir geht es nicht darum der beste zu sein es wollen wirklich immer alle sehen wie ich am besten spiele und ich wirklich der coole content natürlich zeigen kann aber da brauche ich unterstützung das kann ich nicht alleine unten in der video beschreibung gibt es ein spenden link wenn ihr mehr spenden wollte dass ich das im shop ausgebe dann könnt ihr das machen es ist aber keine pflicht und ja jetzt werde ich ab jetzt ignorieren manche syrten wollten einfach dass ich hier hat ein bisschen ja die slags bekommen und schlecht geredet werde weil ich alt ein eiser bin und kein syrte aber ich gehe nicht den besten nach ich den schlechtesten nach ich möchte helfen und es ist mir egal ob ich kein erfolg habe oder nicht ich schließe mich eigentlich immer denn am schlechtesten an damit ich auch etwas zu tun habe damit ich auch sehe dass das spiel auch von mir etwas verlangt und so und ich nicht überfeedet bin und wer damit ein problem hat das soll nicht ignorieren der muss nicht mich schauen der muss mir nicht gleiten der muss mich nicht in die kommentare schreiben aber für alle anderen leute es würde schon gut tun wenn wieder mehr los wäre weil es ist klar es ist nicht immer spannend wenn man nur level und langsam level oder so aber genau das ist es ja ich kann halt momentan noch nicht geld ausgeben für exp booster ich würde es ja gerne machen aber momentan muss ich so viel geld ausgeben für fußball sachen und ein neues handy brauche ich ein neuer bildschirm neues headset und noch ein mikrofon es geht halt momentan einfach nicht expo zu nutzen ihr dürft warten bis ich groß bin ich werde ja auch viel leben ich habe jetzt auch schon wieder ein halbes level gemacht heute morgen nicht mal ein oder zwei stunden und es geht vorwärts also ja je mehr also er höre ich das leben jetzt habe so ungefähr 45 kann ich sehr gut in der wort und dann killen also noch viel mehr killen und dann bekomme ich auch sehr viele exp über aber einfach noch ein bisschen geduld haben und dann geht das ich hoffe das video hat euch ein bisschen geholfen zu verstehen mich und ich habe eine gute hilfe bekommen von kanos dankeschön dafür dass ich mir einfach ein bisschen auch die steuerung noch ein bisschen anpassen kann also dass es für mich besser geht zum steuern und so weiter dankeschön dafür was ich brauche ist halt nette menschen und nicht haters haters sind genau die die nicht glücklich mit sich selber sind und meinen sie müssen anderen etwas auswischen verstehe ich nicht die leute können mich nicht halten deshalb ja gut dankeschön fürs schauen bis zum nächsten video heute abend eventuell kommt der nächste part von regnum let's play tschüss 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 tschüss